Der AMBOSS-Podcast zum Studientelegramm. Wir fassen aktuelle Studien aus der Medizin für euch zusammen. Heute mit einer Studie zum Thema Autismus durch Masern-Mumps-Röteln-Impfung. Darüber wollen wir sprechen. Wir, das sind Patricia und Annalena, Ärztinnen aus der AMBOSS-Redaktion. Herzlich willkommen. Patricia, sag mal, du hast ja drei Kinder. Und ich vermute mal, dass die alle gegen Masern-Mumps-Röteln geimpft sind, oder? Ja, genau. Wir haben die klassische MMR-Impfung bekommen. Und die besteht ja im Grunde aus zwei Teilimpfungen. Zum einen wird die erste Impfung im Alter von einem Jahr und die zweite dann im Verlauf des zweiten Lebensjahres durchgeführt. Und die sind alle drei geimpft, natürlich. Sehr schön. Das Thema Masern und auch die Einführung einer Masern-Impfpflicht ist jetzt ja gerade wieder hochaktuell und wird hitzig debattiert. Das liegt ja auch daran, dass wir ja gesehen haben, dass es eben wieder zu mehr Masern-Fällen in Deutschland gekommen ist. Du hast deine Facharztausbildung ja in der Kinderheilkunde gemacht. Wie stehst du denn zu dem Thema? Ja, tatsächlich. Wir haben auch in unserer Kinderklinik Patienten betreut. Junge Patienten, die ungeimpft waren und dann an Masern erkrankt sind. Und ich muss dir sagen, da wurden die Eltern dann erst aufgerüttelt. Mein Gefühl ist, dass sozusagen per se jetzt erstmal viele Eltern und teilweise auch Ärzte mal eine Masern-Infektion auf die leichte Schulter nehmen und auch irgendwie verharmlosen. Was sind Masern? Masern werden ja durch Viren ausgelöst, die übrigens hoch ansteckend sind und über Tröpfchen-Infektionen verbreitet werden von Mensch zu Mensch durch Husten und Niesen. Und zu den ersten Symptomen zählt eben Fieber und grippeähnliche Beschwerden und das klassische Masern-Exanthem, was man von Bildern ja auch gut kennt. Und was man aber auch wirklich wissen muss, die Patienten fühlen sich richtig krank, sind richtig abgeschlagen. Und im Verlauf kann es eben zu bakteriellen Superinfektionen kommen, wie zum Beispiel auch eine Lungenentzündung kann sich draufsetzen oder eine Mittelohrentzündung. Und eine besonders gefürchtete Komplikation ist die Masern-Enzephalitis und die kann wirklich auch tödlich enden. Und damit sind Masern ja wirklich auch gefährlich einfach. Und trotzdem gibt es ja immer wieder Eltern, die ihr Kind nicht impfen lassen und das machen sie mit Sicherheit ja nicht, weil sie denken, ach ist egal oder mein Kind ist mir das nicht wert, sondern weil sie auch irgendwo Ängste haben. Und viele Eltern befürchten ja, dass eine Impfung negative Auswirkungen haben kann, zum Beispiel eben auch, dass die MMR-Impfung Autismus auslösen kann. Woher kommt denn eigentlich diese Sorge? Ja, das ist total interessant. Vor 20 Jahren, vor mehr als 20 Jahren jetzt schon, gab es eine Veröffentlichung dazu im Lancet. Und zwar war da der britische Arzt Andrew Wakefield, der hatte einen Zusammenhang hergestellt und zwar in eine Studie durchgeführt mit gerade mal zwölf Kindern. Und hier hat er sozusagen eine Form von Autismus beobachtet, nachdem sie wohl gegen Masernmumps und Röteln geimpft worden waren. Und was man wissen muss, ganz wichtig ist zu sagen, diese Studie wurde 2010 vom Lancet zurückgezogen, nachdem bekannt wurde, dass sich darin methodische Fehler und auch manipulierte Daten befanden. Und dem Autor, der ja auch Arzt war, dem wurde in Großbritannien auch die ärztliche Zulassung aberkannt. Ja, irre, wie hartnäckig sich da scheinbar irgendwo hält, dieses Gerücht oder diese Befürchtung. Also inzwischen muss ich sagen, gibt es ja ganz viele Studien, die genau das Gegenteil belegt haben, nämlich, dass es keinen Zusammenhang gibt. Und jetzt haben wir auch wieder eine Studie, die sich sozusagen diesem Thema widmet. Und zwar eine Gruppe dänischer Forscher ist dieser Fragestellung noch einmal nachgegangen. Nachgegangen gibt es einen Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus. Was sie gemacht haben, ist, dass sie Datensätze von initial circa 663.000 Kindern, die in Dänemark geboren wurden, und zwar in den Jahren 1999 bis 2010, die haben sie analysiert. Dann mussten sie zunächst mal 5.700 Kinder, also ich nenne eine runde Zahl, wurden dann erstmal aus der Studie ausgeschlossen, weil sie zum Teil an genetischen Erkrankungen, Syndromen litten, die eben teilweise auch direkt schon zu Autismus führen können oder weil sie weggezogen waren und etc. Und letztlich hatten sie Daten von etwa 657.000 Kindern, die jetzt analysiert wurden. Hier zeigte sich zum einen, was ja auch interessant ist, eben, dass 95 Prozent der Kinder geimpft waren. Und deshalb sprechen wir letztlich von ungefähr 31.000 ungeimpften Kindern in der Vergleichskohorte. Okay, und insgesamt, also das sind ja wirklich große Zahlen, bei wie vielen Kindern wurde denn überhaupt ein Autismus diagnostiziert? Also im Analysezeitraum wurden bei circa 6.500 Kindern Autismus diagnostiziert. Und auch hier zeigte sich kein erhöhtes Risiko bei den MMR-geimpften Kindern gegenüber den ungeimpften Kindern. Und auch interessant eben ist, dass die Autismusprävalenz von etwa einem Prozent mit der Prävalenz von Autismuserkrankungen aus den USA, die es dort 1,5 Prozent ungefähr vergleichbar ist. Und jetzt sag mal, du hattest ja vorhin schon gesagt, dass es eigentlich sehr, sehr viele Studien bereits gibt, die genau das gezeigt haben. Dass es keinen Zusammenhang zwischen MMR-Impfung und Autismus gibt. Was macht diese Studie denn jetzt so besonders? Also warum war die noch notwendig? Also die Autoren dieser Studie haben eben auch sich noch bestimmte Subgruppen der Kinder näher angeschaut. Das fand ich eben auch interessant. Also sie haben sozusagen nochmal analysiert, ob bei Kindern, bei denen bereits sozusagen Risikofaktoren für Autismus bestehen oder bestanden, die MMR-Impfung jetzt ein Trigger sein könnte, der die Autismuserkrankung auslöst. Ja, was sind Risikofaktoren? Das sind zum Beispiel Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft oder Frühgeburtlichkeit. Und auch hier zeigte sich kein Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und dem Auftreten von Autismus. Okay, und haben sich die Autoren dann auch noch angeschaut, was es für Risikofaktoren sonst generell gibt? Also was löst ein Autismus gegebenenfalls aus? Also das größte Risiko zur Entwicklung eines Autismus zeigte sich hier bei Kindern mit männlichem Geschlecht, mit genetischer Komponente. Also wenn bei Geschwisterkindern bereits ein Autismus bekannt war, dann zeigte sich da auch ein größeres Risiko. Und auch interessant war, mit fehlenden Impfungen in der frühen Kindheit. Okay, und das heißt, wenn ich das zusammenfasse, gibt es keinen Zusammenhang zwischen dem Auftreten von Autismus und einer MMR-Impfung. Und die Impfung wirkt auch nicht als Triggerfaktor sozusagen bei schon bestehenden Risikofaktoren. Ganz genau. Ich denke auch gerade in der jetzigen Zeit im Hinblick auf die zunehmenden Masernfälle in Deutschland und auch die hitzig geführte Debatte um eine Impfpflicht, können Ärzte bei der Beratung von verunsicherten Eltern einfach auf diese und auch andere weitere hochwertige Evidenzen zu dem Thema verweisen. Super, vielen Dank Patricia. Dann verrate uns doch noch, wie der Titel der Originalstudie heißt. Gerne. Das war die Publikation, die hieß Measles Mums Rubella Vaccination and Autism Nationwide Cohort Study. Die wurde veröffentlicht im Annals of Internal Medicine und durch das Dänische Gesundheitsministerium und die Novo Nordisk Stiftung finanziert. Vielen Dank. Dann war es das für heute und ich sage, bis in zwei Wochen. Möchtest du die Themen noch einmal in Ruhe nachlesen und in Zukunft immer aktuell bleiben? Dann abonnier doch auch unser Studientelegramm, welches wir in Kooperation mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes und dem Agaplesion Markus Krankenhaus in Frankfurt herausgeben. Alle Infos findest du unter go.ambos.com slash podcast.